Defen Wesemann, Defen Wesemann, und die beiden in den Ziel, auf 30 Minuten, 50 Hundertstel, 49,98 Stundenkilometer ist er gefahren. Oh, wird das spannend, 47 Sekunden, war der Rückstand, kommt Defen Wesemann. Da kommt der Ziel, da einmal, zack, da ist der Mann im gelben Rekursziel, der Räum und der Frumser. Für die ersten drei, Defen Wesemann, Jan Ruska, der Rheinbunders-Rumsers. Er trägt das weiße Trikot mit den roten Punkten von Rotkätschen, Sekulerei, mit Emmeln, von Saturn. Und dabei natürlich der beste Nachwuchsfahrer, das weiße Trikot der Wurzener Nahrungsmittel GmbH, Stefan Schreck aus der deutschen Nationalmannschaft.